Die Männer bei der Feuerwehr Ein echter Feuerwehrmann braucht eine perfekte Ausstattung. Eine Ausrüstung, die den knallharten Anforderungen eines knallharten Feuerbekämpfers gerecht wird. Auf diese Ausrüstung kann er sich immer verlassen. Schade nur, dass diese Ausrüstung so schwer ist. Beruhigen Sie sich, gnädige Frau! Beruhigen Sie sich! Ich muss ja wissen, was es für ein Brand ist, damit ich weiß, mit welchem Gerät ich ausrücken kann. Ist es ein kleiner Brand, ist es ein mittlerer oder ein großer Brand? Ja, wie schaut es denn mit den Flammen aus? Ist es eher ein Züngel? Nicht schlecht. Gelernt ist halt gelernt. Wer hat uns gerufen? Mit diesem schweren Gerät bekommen wir alles auf. Danke. Bitte. Und wieder ein Problem gelöst. Also die Flammen, die stechen hoch. Ja, wie hoch? 1,50 Meter? 3,50 Meter. Gnädige Frau, wir holen für Sie die Katze vom Baum herunter. Gruber, dein Job. Und wieder ein Problem gelöst. Kann Ihnen der Mann da helfen bei der Einschätzung? Auch der sitzt mitten in den Flammen. Hilfe! Mann! Sie brauchen mich nicht zu retten. Das war doch nur der Keller überschwemmt. Ja, das mag sein. Aber wenn wir schon einmal da sind. Ich bin Feuer in Flammen. Lass mich runter.